mal kurz gucken ich mache mich auch mal ein bisschen dunkler und dann ach man ey diese eine Strähne geht mir richtig auf den Sack und dann würde ich sagen gehen wir mal rennen die Part ach oh mein Gott wo bin ich wie weit geht dieser Raum zurück ach warum tut mein Kopf so weh kann ich bitte hallo was passiert hier hallo kann ich hier auch einfach so um die Ecke lunzen nein hallo ist da jemand wir können nicht kriechen wir können nicht interagieren okay das ist ein Stromkasten shoot okay es ist wir kriegen eine Waffe wir können nicht irgendwie ich kann nur laufen okay hallo die geht nur sie rein oh shit hallo oh shit my life okay hier könnten wir die Sicherung wahrscheinlich rausnehmen machen ist ja alles dunkel oder ach du scheiße hier ist leider nichts und das ist so dunkel ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist da jetzt einfach den Strom auszumachen okay das scheint größer zu sein als ich dachte hier ist noch etwas es ist komplett dunkel ich kann nur bedingt was sehen ah okay das ist also eine Wand ah ich verstehe okay ja wir brauchen eine Waffe ich weiß nicht was ähm haben wir eine Waffe wir haben keine Waffe wir haben kein Inventar äh okay 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 so sieht das also aus bei Licht da ist noch ein da ist die Knister die Pistole oh Junge aber wie soll ich da hinkommen kann ich vielleicht die Bretter nehmen und da einfach so durchschieben und dann so von oben drauf hallo ich bin hier oh mein Kopf da steht ja ich soll das oh wait da kommen wir nicht rein da müssen wir halt drauf schießen ähm wie sieht es denn hier aus und jetzt was haben wir jetzt oh take take it okay 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 ähm wir haben Bodycam Horror ähm ist ja jetzt so ein bisschen in common okay das sieht schon echt nice aus oh wird das eklig zum zielen aber wir kriegen es hin oh mehr ist hier nicht oder ne weiter geht's nicht reloading fbi open up warum sind die so viele Türen äh falsche Tür tschüss alter ich knall dich ab wait wait wo ah okay 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 ich bin zurück ich bin überhaupt kein Schisser ähm okay wir gehen rein scheiß drauf es ist nur die eine Lampe alles wird gut wir kommen hier raus okay hallo oh fuck warum sind hier Ketten oh okay hier ist okay das ist rückwärts geschrieben warum ist das rückwärts geschrieben Zürich Schweiz okay cool okay was ist hier warum der Heartbeat ich mach nicht hier zu okay ach du scheiße hier geht's ja auch noch durch wo steht da jemand hier geht's runter ach du scheiße wo soll ich hin man oh it's too dark okay hab ich auch schon gerallt ich sollte meine Zunge nicht zwischen die Zähne nehmen sonst beiß ich mir noch drauf okay oh Junge 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 okay zu genagelt wait ist das so eine Art closed okay ist das eine Kamera looks like a cam okay ähm was haben die hier mit mir gemacht what is this shit oh hallo sir hallo sir ich hab gern so alt oh oh fuck my life okay 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 das waren nicht wir oh Junge kommt da jetzt einer hat die Maus ein bisschen runtergestellt von der Sensitivity um einen Klick hallo okay okay wir gehen zurück oh ist das so fucking dark wait alle Glühbirnen sind aus eine war an die in der Mitte war aus hier gehen langsam die Lichter aus fuck okay frage mich jetzt nur gerade welche Lampe das war oh shit shit ich seh halt nix ich seh nix hallo Schrank hallo Wand hallo noch ne Wand wo sind wir wo sind wir okay wir sollten uns können wir uns an der Wand orientieren ne das ist ein Fass hier ist auch ne Wand okay okay um what the fuck are we doing um ich muss jetzt n' Fass hallo it's too dark fuck irgendwie können wir vielleicht die Lampe hier mitnehmen fuck yeah now it's a shooter oh yeah closed 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 okay aber jetzt sehen wir wenigstens was ich muss mich anders ansetzen sonst brechen wir ein C hallo ist da jemand als typischer Weizzer in einem Horror-Szenario ich habe eine Waffe damit der also der Gegner schon mal weiß okay er hat ne Waffe da werfe ich was an den Kopf oder so den schrei machen wir ein bisschen leiser Junge boah Junge okay okay Bruder oh mein Gott war das laut okay kommen wir jetzt hier durch ja kommen wir ich hoffe die schreien nicht die ganze Zeit jetzt wow ich habe Angst oh hier ist gar nichts schnell umdrehen ich habe die Morse wieder hochgedreht weil kann ich besser justieren okay okay checken hier den Raum okay ein einzelner Raum nichts besonderes Junge ich werde zu alt für den Scheiß okay 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 ich hätte wahrscheinlich ähm lag er da schon die ganze Zeit lag er da schon die ganze Zeit gehen müssen können wir ja jetzt machen ganz einfach ist ja gar kein Problem Lampe danke gut gehen wir dem Monsterli mal hinterher wir sind lassen wir uns endlich erschrecken ist doch nur ein Spiel ne digital gar nichts schlimmes ich komme mir vor wie so ein SWAT Typ irgendwie okay wir müssen jetzt hier runter ist das Spiel abgestürzt nein was ist popping bitch saving um what passiert jetzt was äh okay also anscheinend geht es dorthin dann dort hinten hin und wahrscheinlich hier rein okay hier geht es schon mal nicht rein und oh okay hier ist einfach nur so ein Abstellraum Alter this way shoot aber es sagt this way hallo warum sagt es denn this way nach rechts wenn wenn ich es denn hier los höre wir drücken wir drücken erstmal kurz hier drauf kommt hier gerade keiner aber okay kommen wir hier durch crouchen crouch crouchen durch crouchen kann man hier nicht durch okay also müssen wir doch durch die Tür selbst wenn man anvisiert muss man immer gucken dass man auch wirklich trifft hey FBI open up your hands and cheeks das ist ein sehr dunkler raum noch ein magazin okay gladly take it oh okay hier haben Leute geschlafen ein bisschen feucht fucking hell warum schreist du so Junge was läuft denn falsch mit dir schlüssel okay 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 hmm all right hmm ich knall dich ab man da ist doch bestimmt noch einer kannst du mir doch nicht erzählen dass das der einzige war hmm oh Gott jetzt bloß keinen Schluck auf frag mich jetzt bloß gerade für was der Schlüssel war hierfür nein nein hierfür nicht okay anscheinend können wir können wir weitermachen nein hä hmm sicherungskasten können wir jetzt hier durch nein rechts auch nicht ähm ich überlege gerade wie viele Türen wir hatten die verschlossen waren oh das ist dunkel das ist so fucking dunkel hier man wahrscheinlich können wir hier rein okay okay jup okay aber was hat mir das jetzt gebracht nix irgendwie irgendwie hä oder konnte ich hier vorhin schon rein und hab halt einfach einfach durch die Seite äh ich bin da seitlich dran gegangen okay versuchen wir es nochmal ne hä was passiert denn jetzt also ich kann halt nicht crouchen was würde ich drunter durch riechen das sind die einzigen einstellungen äh ich bin von der polizei sag ich dir ich knall dich ab jetzt mal fucking for real was soll ich hier drin gehen wir mal wieder nach oben dort war ja mach du scheiße ähm oh oh wir kommen nicht mehr zurück okay gut hier haben wir noch ein Magazin kommt hier jetzt what the fuck was kommt denn jetzt auf uns zu wenn da noch ein Magazin war this way ja ich weiß jetzt sind wir hier hallo ja wir müssen hier irgendwie durch hm wir müssen irgendetwas übersehen haben oder er gesagt ich hab was übersehen ich weiß natürlich dass alle anderen immer gleich alles sehen hm Klautschfunktion wäre geil wie sieht es denn hier aus aha äh ist es egal wo ich langlaufe wie schön ich höre nix alter wie geil ey jetzt mal wirklich das spiel sieht schon echt nice aus ähm wurde glaube ich aber nicht in unreal gemacht wurde unity mäßig gemacht okay this way aber ähm hier geht es ja nicht lang wie jung sind wir auf der anderen Seite also wir müssen schonen durch die Tür dort vorne durch ich höre nix ich höre nix ich höre nix ich höre nix nicht dass ich da je Geld gesehen habe okay die Masken sind schon echt creepy ähm well 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 wir haben jetzt glaube ich den letzten Weg frei gemacht ich habe ein bisschen Angst dass jetzt da hinten die Waffe ruhig machen okay nope wir kommen hier nicht durch und immer wenn wir hier hinkommen kommt die Musik hallo do you wanna make a party with me oh shit wo gehe ich lang na oh no warum ist die Musik aus das mag ich nicht das mag ich absolut nicht ich stelle mich jetzt hier hin und jeder der kommt kriegt ein Headshot oder jedenfalls ein paar Kugeln im Körper wo bist du holy shit glaube ich wie lang zu gehen ist glaube ich schlauer okay selbst mit der Taschenlampe sieht man extrem wenig okay okay Tür auf und gucken okay hier ist keiner da da Ja, ich glaube, ich bleibe jetzt hier. Das ist so richtig schön hier. Nichts an. Was ist da hinter dem Schrank? Ich... Okay, jetzt sind wir hier. Okay, jetzt sind wir hier. Wie viel hält denn der aus? Okay, jetzt sind wir hier. Okay, jetzt sind wir hier. Okay, jetzt sind wir hier. Okay. 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 What's next? Ach du Scheiße. Das da ist aufgegangen. Äh. Okay. Wer bist du denn? Was machst du da? Ja, keep on dancin' baby. Oh. Yeah. Check it out. Ich. Gar nicht geschossen. Huch. Das als fertiges Spiel. Junge. Danach kannst du doch nicht mehr schlafen. Dafür muss ich mir so'n, so'n Heartrate Sensor holen, damit man das auch sieht im Stream. Holy Shit. Wird mich mal interessieren, wie euch das gefällt. Holy Shit. Tja, das war's. Das Ende. Bei ein kurzer Prototrib. Ich kann gar nicht mehr reden, man. Das Spiel hat mich kaputt gemacht. Aufhör. Ja, but okay, da wird die expanded. Und wer hat da. Erstmal, darfst du dich nicht mehr so'n Teile dit. Erstmal, das ist nie eine Handlung. Und dann darfst du dich nicht haben. Und dann darfst du dich nicht mehr sohört. Untertitelung des ZDF, 2020